Also, liebe Briefträger, ihr seid wirklich selbst schuld. Immer wieder radelt ihr ahnungslos auf fremdes Territorium. Tja, und dann wundert ihr euch. Der kam von hinten an mich ran und hat mir in den Hintern gebissen. Ich kam der Hund plötzlich von der Seite und hab mir dann voll in den Oberschenkel reingebissen. Ist der Hund von hinterm Grundstück her in die Ecke gekommen und, naja, rein im Po. Tja, wenn man lesen könnte, wäre das wohl nicht passiert. Aber lassen wir das. Diese Briefträgerin weiß, dass es noch andere Gründe gibt, warum ihre Kollegen gebissen werden. Also überwiegend schätze ich mal darin, dass sich zu wenige die Mühe geben, sich mal mit dem Hund zu unterhalten. Genau, mit dem Hund unterhalten. Und weil auch das gelernt sein will, gibt es jetzt das neue Hunde-Kennenlern-Seminar für den deutschen Briefzusteller. Also ich denke, dass die Briefzusteller grundsätzlich zu wenig wissen von der Hundepsyche. Und die Hundepsyche ist sehr empfindsam. Beginnen wir mit der Lektion 1. Kontaktaufnahme. Wie spreche ich mit dem Hund? Sie heißt Olga. Sie sind ganz schön, ich bin hier und eigentlich. Genau. Da können Sie immer was geben. Ja, brav, Olga, sind Sie hier für Ihnen? Ja, sehr schön. Kommen wir zur Lektion 2. Bestechung mit Leckerlis. Achtung, nicht wegziehen, sondern hinhalten. Naja, dieser Kandidat sollte wohl besser in den Innendienst. Lektion 3. Postübergabe an Herrchen mit Hund. Auch das will gelernt sein. Nein, nicht erschrecken. Jetzt ganz wichtig, stehen bleiben und nicht bewegen. Lektion 4. Bei Gefahr im Verzug auf keinen Fall weglaufen. Das weckt den Urinstinkt des Hundes und kann fatale Folgen haben. Diese Instinkthandlung heißt also Beute erkennen, Beute verfolgen, Beute fassen. Und das Triebziel, was immer erreicht werden muss, ist praktisch das Beutetöten. Und damit dieses Triebziel nicht erreicht wird, hier noch ein guter Rat. Schützen Sie Ihre lebenswichtigen Organe mit den Händen, mit den Armen. Das heißt Gesicht, Hals. Dann kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. So könnt ihr, liebe Briefträger und Hunde, dank dieses Seminars doch noch Freunde fürs Leben werden.